Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight, heute am Thomsenhaus in der Coldwind Farm mit der Ricarda, die steht da unten. Juhu, servus. Guck mal, da steht die Ricarda, die Ricarda. Guck mal, guck mal, was ich kann. Jo, wir sind alle vier hier. Party? Hier geht's ab jetzt. Wir machen die Ricarda, da, da, guck, da ist die Ricarda, da ist sie. Da, 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 da. So, hier vorne. Irgendwie hab ich Legs. Hast du Olegs beim Laufen? Scheiße. Oh, das können, oh Gott, das. Oh, 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 Dickettensäge. Oh, 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 oh. Hä, verfolgt der Rücken? Der hatte mich entdeckt. Wow, der wollte mich gerade sowas von aufschlitzen. Ja, 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 ja. Nein. Weil's leckt. Ich wusste jetzt nicht so richtig, wohin. Der kommt, der kommt. Guck mal, ich hab's siegen. Uhuhu. Das war daneben. Dann daneben, dann daneben, dann daneben. Okay. Weiß nicht, ob das schlau ist, den Generator hier zu machen, neben dem. Da sind ja gleich zwei nebeneinander. Das ist ein bisschen. Okay, vielleicht sollte ich. Hm, vielleicht kommt er ja wieder. Ich mach jetzt gerade den Generator hier. Im Feld. Okay, er kreist da immer noch seine Runde. Ja, er kommt gerade auf mich zu. Und klappert alle Bede, ja. Generatoren ab. Jetzt rennt er dir hinterher. Lauf! Unke, lauf! Oh, das ging aber schnell. Der hat bestimmt meinen Generator weitergemacht. Wah! Okay, er lässt von mir ab. Ja, weil ich ihn nämlich verkackt hab. Äh, der eckt überall an. Das ist so herrlich. Die Geräusche dann, oh! Ich glaub, das ist also ein kleiner Anfänger. Aber ich müsste mich mal informieren, ob die Konsolen zocker gegen die Dings. Ja, mach das mal. Das wäre ja mal echt interessant zu wissen. Dann könnte man sich mal betreffen. Ja, weil komischerweise haben wir heute schon den zweiten Killer, der sich anstellt, wie der Wurst. Ja, ja, ja. Hm. Hui! Bin ich ein bisschen weit rüber gespawnt, irgendwie. Aber Dead by Daylight ist ja jetzt, glaub ich, auch das Release raus, ne? Das ist ja jetzt gar nicht mehr in der... Ich weiß gar nicht, ist das jetzt immer noch in der Aldi-Axis? Nee. Ich glaub, mit dem Konsolen-Dings ist es jetzt raus. Und ich glaub, deswegen haben es vielleicht auch einige neu gekauft. Das kann vielleicht auch sein. Hm, das können natürlich... Oh, 150 getroffen. Voll in der Mitte. In der Mitte. Da. Noch eine hinterher, yeah! Und noch eine! Haha, es läuft. Und noch eine. Was? Ja. Und tschüss! Das war ich nicht. Ja, wenn man sich zu übernimmt, ne? Oh Gott. Wo will ich denn hin? Okay. Okay. Na Killer? Läuft heute nicht so bei dir, wa? Bei mir aber auch nicht. Oh, wie es leckt. So. Warum bei dir auch nicht? Nee, das ist wirklich Spaß. Ironisch gemeint. Alter, wie es leckt. Ja, es leckt ziemlich sehr. Aber es kann passieren, dass der Killer gleich disconnected, weil er zu schlecht ist und keinen Bock hat. Das kennt man ja so oft. Oder weil er einfach nur Internetprobleme hat. Oh, wie es leckt. Oh, die hat ja schon die Kiste geholt. Hm. 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 Oh, aber wie es leckt, alter! Oh, ganz schön, ey. Ich wollte gerade mich an dem Generator ranhängen und irgendwie komme ich nicht dazu. Boah, alter, ich lauf hier raus. Drei Meter daneben. Oh, jetzt hab ich mich erschrocken, ey. Hä? Kommt da. Ich kann nichts machen. Also ich kann definitiv so keinen Generator machen. Wieso hängst du zehn Meter weiter? Na, ich lauf hier in den Raum rein und auf einmal stehe ich an der Wand. Äh, an der Wand. Auch cool. So, wir machen gleich hier einen weiteren Film. Ja, ich lauf hier in den Raum rein und auf einmal stehe ich an der Wand. So, wir machen gleich hier einen weiteren Film. Fertig. Ich würde aber aufhören. Uschi, sonst hast du... Wow. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Hinter euch ist noch ein Generator. Ja, den machen wir sofort. Wenn die mal mitmachen hier, die zwei Mädels. Oh, ja. Alle vier können wir kommen. Alle vier, ja. Er kommt, er kommt. Und tschüss. Der Keller ist aber ein Neger von daher. Äh, also... Was? Der Keller ist aber... Oh, ich will sehen. Nicht gut. Piep. Achso, ich will nicht sagen, dass Neger nicht gut sind. Das ist Quatsch. Das war eine falsche Aussage, glaube ich. Piep. Und da? Hä? Äh, ich sehe den Balken nicht mehr. Wie weit ist denn der Generator? Fast voll. Ich habe den Balken nicht mehr. Da macht er hin mit seiner Motorsäge rum. Pock, fertig. Wow, fertig. Nur einer. Nur noch einer. Man, der Killer wird so kotzen. Wow, shit. Ich kenne das Gefühl. Ich musste gerade mal am Hals kratzen und da kam der Killer mit seiner Kettensäge genau vor mir. Scheiße, ich renne hier überall gegen, ey. Überall. Ja, das geht mir auch so. Like, 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 like. Problem ist, ich glaube, die Generatoren außerhalb, die sind schon fertig, ne? Kann das sein? Na. Dass nur noch die im Haus übrig sind. Oh. Das war's. Ockel, du bist raus. Ja, ich bin raus. Du nicht, nur ich. Ich bin noch drin, ne? Ne, jetzt bin ich auch raus. Siehste, der Killer hat eindeutig eine schlechte Internetverbindung gehabt. Boah, ist das gemein. Ach nicht. Schade. Aber die Runde hätten wir auf jeden Fall gerockt. Die wäre unsere. Hihi. Na ja, dann. Zur nächsten gleich, ne? Ja. Zur nächsten gleich. So. Die gestörten Abteilung der Sommer. Oh. Ja, ich muss die jetzt nochmal neu starten, weil meine Aufnahmen war ich nicht angesprochen. Oh. Da gehören wir hin zur gestörten Abteilung. So, den Witz nochmal ganz kurz. Bei der Ricarda ist er jetzt zweimal drin. Macht nischt. Nein. Das warst du. Ja, das war ich. Das warst du. Sollte ich in den Schrank gehen? Ne, das wäre Selbstmord. Wo bist du denn? Ich bin hier noch in der Nähe von dem Generator. Ich verstecke mich so hinterm Baum. Killer ist noch ziemlich ruhig, ne? Der hat es nicht geschnallt. Okay, der ist beschäftigt. Da können wir ja wieder da ran. So. Ich komme hin. Ich komme hin. Das ist so warm. Hä? Oh Gott. Hä? Noch eine McDonalds? Ich habe ein Hütchen auf. Ein Basecap. Oh, oh, oh. Was ist? Was ist? Killer kommt. Killer kommt. Alter Schwede. Oh, ich klatsch mich. Ja, sicher. Nein. Du Saftsack. Heilen, Liga. Oh. Okay. Leid die andere noch hinterher. Na, Gott sei Dank habe ich Selbstheilung. Alter. Wow. Onkel Oana hinterher. Ich sollte, ich sollte mich heilen. Ja, schnell, schnell. Hier war auch einst mal ein Generator. Dieser ist leider weg. Nein, ich bin der Maaf. Nein! So schnell kann es gehen. Klick, 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 klick. Ade, 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 ade. Ah, ade, ade. Das ist glaube ich die richtigen Worte. Ade. Und der Killer, was ist denn das für ein Perk da unten? Dieses, dieses komische, diese komische Wrestling-Figurkiller. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, dass er dich dann irgendwie irgendwas mit packen. Ähm, erzähl doch mal, was ist denn da los bei dir? Ich hing am Haken. Achso. Ja? Der Killer kämpft nicht. Oh, okay. Hat er eine Falle gelegt? Ist er dabei? Äh, nö. Also noch nicht. Moment, Moment. Moment. Oh, 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 oh. Okay. Ich bin runter vom Haken. Okay, okay, okay. Ich komm zu dir und dann kannst du mich mal heilen. Ja, ja. Komm schnell. Ja, in den Baum, komm. Äh, mach doch mal. Du stehst irgendwie gerade ungünstig. Oh, oh, oh. Zwei Frauen. Oh, zwei gleich. Mensch, hast du ein Glück. Matt, das läuft ja hier. Los, ran an die... Oh, der trägt den Typen in den Keller. Das ist schlimm. Das ist schlecht. Nicht schlimm, schlecht. Katastrophe. So, ich mach mal an den weiter. Wo seid ihr denn hier? Ich geh grad zu da und versuchte zu retten. Abgehauen. Killer kommt wieder. Glaub ich. Nein. Ah! Nein! What? Äh, warum hat der hier eine Falle gelegt, der Vogel? Was? Dann kann ich die unten retten. Und tschüss. Oh, jetzt muss das... Nein! Oh, soll er nicht so schnaufen? Oh, der schnauft, ey. Wie so ein... Wie so ein Ochse. So, was ist mit dem Abwickeln? Klappt das oder klappt das nicht? Nein, ich glaube, es klappt nicht. Okay. What? Ach, ich bin in die Falle gelatscht. Oh Mann. Ja, der legt die Fallen so optimal. So versteckt. So, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Jihihi. Ja, McThomas. Hilfe kommt auch gleich. Hoffe ich doch. Nein! Scheiße. Da hört man richtig wie Onkel A zu Bett, wie er richtig tief einatmet. Junge, wenn ich hier irgendwo flüchten muss, ich schwitze wie eine Sau, ne? Das ist so warm hier drin. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, Mädels. Und ich kann das Fenster nicht aufmachen. Beziehungsweise... Nee, das glaub ich. Das Fenster kann ich schon aufmachen, aber die gibt es doch nicht. Danke, Mädels. Okay, warte. Frische Luft kommt nicht rein. So, ich hänge am Haken. Ja. Oh, ich muss schon kämpfen. Okay, okay. Dann sollte ich mal vielleicht Richtung... Gas weg auf jeden Fall. Nein, er hat mich entdeckt. Er hat mich... Ja. Er hat mich gesichtigt. Mal wieder hinter mir her. Scheiße. Ah! Nee, das ist eine Sackkasse. Sackkasse. Nein! Boah, der ist aber flink. Ih, was hat denn der für eine Maske um? Schwede Clowns-Maske. Ja, die Clowns-Maske, das ist cool. Das sieht man sein Gesicht so ein bisschen. Ja, ja, ja. Autschen, okay. Ich muss gleich kämpfen. Dankeschön. Ich muss gleich kämpfen. Ich spacer. So, so, so. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Er kommt wieder zurück. Er kommt wieder zurück. Ja, er legt eine Falle. Nein, er hat sie bloß in der Hand. Er legt sie nicht. Er läuft weiter Richtung Generator, der gerade fertig gemacht wurde. So. Nur aber. Nur aber. Ihr dürft. Ja. So, vielen Dank. Vielen Dank. Er kommt. Er kommt. Wirst du ihn nicht? Seht er mich? Boah. Er hat mich schon wieder. Mann. Dieser Drecksausack. Mist. Mist. Dreck. Mist. Fickdreck. Ah. Hey. Ah, Mann. Das nervt mich, dass der immer mich hat. Wieso immer dich? Ich häng gerade am Magen. Ja, ich weiss schon. Ich weiss schon. Ich weiss schon. Dumme Aussage. Boah. Aber es kommt einem so vor, ich weiß. Ja, wenn du siehst am Magen hängen, bin ich dort. Aber ich glaube, bei dir war es das jetzt, ne? Ja. Scheiße. Oh. Okay. Das ist Mist. Das ist der größte Mist hier gerade. Ach, scheiße. Das war es leider. Ach, dann jetzt? Da darfst du ja jetzt gerne bei mir zugucken. Ja, mach ich mal. Kommt der schon wieder? Ja. Das Wochenende soll cool werden. Habe ich schon mal cool befüllt. Warte mal. Ich zeig's mal in die Kamera. Sieht man das? Oder wenn ich das jetzt mal, äh. 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 Wie ging ich mir den Bildschirm da runter zu drehen? Ah, hier. Moment. Äh. Wenn ich es ein bisschen dunkler mache, müsste man es eigentlich sehen, oder? Ja. Sieht man das? Ich seh es nicht. Da ist ein Pool voller Bier. Wochenende soll warm werden. Ich hab schon mal den Pool aufgefüllt. Das machst du richtig. Ich trieb hier gleich weg. Ja, das ist echt Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Mhm. Auf jeden Fall. So, Killer. Guck mal, was ich hier mache. Einen Generator fertig. Ja, hab ich gesehen. Was hast du denn hier noch gehabt? Ach ne. Der Taschenlampe ist auch cool. So. Ah, was? Ach, nein. Hä? Der liegt dir so optimal, dass du wirklich auch noch so dumm bist und rein rennst. Herrlich, oder? Ja, ich wiss schon. Der wiss, wo wir sind. Ja, das ist clever. Aber da legt's halt irgendwo random hin. Hellseher. Vielleicht hat er hier auch noch irgendwo hin gelegt. Dann war's das. Ich sollte? Die Selbstheilung ist zwar cool, aber irgendwie dauert das ewig. Das dauert wirklich ziemlich lang. Nein! Scheiße. Was soll ich nur machen? Bitte. Ich humpel jetzt mal dahin. Das hoffe ich. Wo ist er? Der ist da nicht jetzt hinter mir her, oder? Das ist nicht so schön jetzt. Scheint aber hinter dir her zu sein, sonst würde diese Musik nicht kommen. Scheiße. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Wohin? Nein! Oh, shit. Gott. Scheiße. Oh nein. Ja, es tut mir leid. Ich konnte leider nichts mehr machen. Die Gruppe hat leider verloren. Ja, ich bin jetzt auch tot und dann war's das mit der anderen. Hm. Ja, das war's leider. Diesmal haben wir fett abgelost. Voll. Ja, was soll's. Wir sehen jetzt noch jeden nacheinander verrecken hier. Naja, trotzdem tolle Runde und... Ja, was ich belohme. Jetzt kannst du. Ja, jetzt kannst du. Ja, trotzdem tolle Runde. So, lebt sie noch? Nein, ist alle tot. Nein, sie ist auch gerade tot. Naja, dann auf ein neues und... Tschüssi, bis zur nächsten Runde. Tschüssi. 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 Ja.